Ein Sabbatical soll erst nach fünf Dienstjahren möglich sein, in Folge dessen, weil Shopper an einer weiteren Schraube drehen, ein sogenanntes Sabbatjahr soll erst nach fünf Dienstjahren gewährt werden. Ein weiteres Jahr der Befreiung soll dann erst nach fünf Jahren gewährt werden. Im laufenden Schuljahr wurden den Angaben zufolge rund 900 Sabbaticals bewilligt. Der Hintergrund der geplanten Massnahmen nach Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg entscheiden sich trotz des deutlichen Personalmangels an den Schulen immer mehr Lehrkräfte für Teilzeitarbeit. Im Schuljahr 2021 waren fast 56,6% und damit mehr als die Hälfte der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nicht Vollzeit berufstätig.